moin moin und hallo herzlich willkommen zum neuen coolen unboxing video von mir für euch heute hier mit was kleinen kompakten aber sehr sinnvollen wirklich sehr sinnvollen geräte und zwar das hyper dolphin wiederaufladbare led stirnlämpchen mit einem breitstrahl und einem punktuellen strahl 350 lumen an leistung wir haben fünf unterschiedliche modi die wir dort nutzen können mit bewegungssensor wenn wir das wollen das heißt demzufolge man kann es ohne auf die knöpfe zu drücken bedienen spricht mit bewegungserkennung sehr sinnvoll typ c usb aufladen das heißt also wir können es auch unterwegs mobil aufladen über eine power bank zum beispiel aber natürlich auch über den computer über den laptop über unser handy ladegerät und es ist wasserdicht das heißt wir können es auch draußen beim joggen zum beispiel im regen ohne probleme tragen 230 grad beleuchtungswinkel es ist leicht und komfortabel es ist ideal fürs fürs running fürs laufen fürs angeln fürs radfahren fürs camping fürs arbeiten was auch immer denn es ist total sinnvoll seine hände beim arbeiten zum beispiel frei zu halten und dann über eine kopf beleuchtung vorzugehen wir haben ein breitstrahlende und leistungsstarke beleuchtung hier diese led stirnlampe bietet einem beeindruckende 230 grad meint winkel beleuchtung mit einer helligkeit von 350 lumen ideal für vielfältige aktivitäten wie im nachtlauf angeln radfahren camping und so weiter wandern geht auch und wir haben fünf vielseitige lichtmodi wir passen die beleuchtung an unsere bedürfnisse selber an die stirnlampe verfügt daher über fünf lichtmodi die für jede umgebung und aktivität eine eignung haben sollten von intensiven strahl bis zu einem sanften licht ist alles am start wir haben eine lange akkulaufzeit und eine bequeme typ c usb aufladefunktion mit dem langlebigen akku ausgestattet bietet diese wiederaufladbare stirnlampe eine zuverlässige lichtquelle das bequeme aufladen über typ c usb sorgt für ununterbrochene beleuchtung bei all unseren abenteuern und eine innovative bewegungssensor für eine einfache bedienung diese kopflampe verfügt über eine praktischen bewegungsmelder der eine einfache und intuitive bedienung ermöglichen kann perfekt für den einsatz wenn unsere hände gerade vollgepackt sind wir wählen einfach mit der hand vor dem licht sensor herum und aktivieren oder deaktivieren das licht und dadurch können wir uns auf unsere aufgabe noch fokussierte konzentrieren sie ist leicht komfortabel und wasserdicht am start die stirnlampe ist nicht nur leicht und angenehm zu tragen sondern auch wasserdicht was sie zum idealen begleiter für alle wetterbedingungen macht die robuste konstruktion garantiert langlebigkeit und zuverlässigkeit bei outdoor aktivitäten und das ist nice nicht wahr wiederaufladbar am kopf tragend ipx4 wasser abweisend das bedeutet die stirnlampe zeichnet sich durch die wasserdichtes design gut aus sie bleibt zuverlässig selbst wenn wir im regenschauer gerade eine aktivität durchführen oder in feuchten bedingungen unterwegs sind die robuste bauweise garantiert eine hohe beständigkeit gegenüber harten außenbedingungen und das coole ist bewegungsmelder wasserdicht ultra leicht usb aufladen also ihr seht viele fakten sprechen dazu wir können es an der powerbank aufladen an ladegeräten an computer oder am auto auch es gibt ja zum beispiel zigarettenanzünder aufladeadapter die dann auf usb umpolen das heißt damit ist es auch möglich dieses gerät hier aufzuladen die stirnlampe ist nämlich mit modernsten typ c usb anschluss ausgestattet der schnelles und effizientes laden ermöglicht es bietet flexibilität beim laden sei es zu hause im auto oder sogar mit der powerbank unterwegs und die motion detection ist wirklich cool wir haben einen wellensensor für eine einfache bedienung die stirnlampe verfügt über diesen besagten bedienungsfreundlichen berührungslose steuerung eine einfache handbewegung schaltet das licht ein oder aus was besonders bei aktivitäten wie beim angeln oder radfahren sehr sinnvoll ist oder vier stunden hoher helligkeit das sollte ein vollgeladener akku schaffen oder 25 stunden niedrige helligkeit ihr seht damit können wir richtig lange auch unterwegs sein fünf stunden bei 100 prozent 350 lumen 7 stunden 100 prozent 150 lumen 25 stunden bei 60 lumen und acht stunden bei stroboskop funktion süß oder kommen meine hand das teil sehr kompakt sehr klein hier drin steht headlamp drauf also kopflampe ist es cfc ross zertifiziert schwarz und mit weißen lettern gesetzt mehr stetig drauf habe ich meine so gut wenn es kompakt ist dadurch spart man natürlich auch co2 beim transport nicht wahr und der hersteller kann natürlich mehr transportieren dadurch wird der endpreis dieser kopflampe auch wieder günstiger so das ist die kopflampe hl hl p o one schön mit englischer bedienungsanleitung wie ihr seht wir haben hier die einzelnen komponenten zu sehen wir haben hier den sensor receiver zwei stück sogar wir haben eine co b 8 bulb zwei stück davon wir haben ein xpg bulb das heißt also unterschiedliche beleuchtungstypen stehen hier zur auswahl um dort das produkt aufladen zu können ich sehe gerade es ist micro usb gar nicht usb c aber es ist auch nicht schlimm denn der das kabelchen ist dabei und es holt euch dann zu einem usb a freund um also alle sind buddha auf dem kohler ok jetzt gucken wir uns die lampe machen sie aussieht sehr kompakt eingeballert und hier was haben wir ein band ein gummiertes band guck mal das kann man denen sieht man hier passt sich also sehr schön an wir haben aber hier hinten auch noch die möglichkeit dieses band sozusagen umzuleiten und dann zu verlängern oder zu verkürzen dadurch machen wir den umfang für die einstellen des kopfes noch sinniger und das geht recht einfach ich kann das hier durchziehen seht ihr dadurch wird das hin und her geführt dadurch wird eine verkleinerung des umfangs dann erzeugt so was haben wir hier unten hier oben oder unten ich meine das ist unten das ist oben also sollte dies hier unten sein haben wir die ladebucht in die ladebucht diese ist weil es ja spritzwasser geschützt ist hinter einem gummidichtung versteckt auf der anderen seite haben wir den anschaltknopf anschaltknopf um das die erste modifizierung zu ballern wir sehen hier an der seite sehen wir leds wie viel sind 24 4 stück das zeigt uns an wie voll der akku ist dann können wir einmal dimmen habt ihr gesehen runter gedimmt und wieder hell drunter dimmen also ganz hell naja seht wir haben ja mehrere led einheiten geben sie mal durch geht sogar rot wie ihr seht cool und stotoskopisch noch mal von vorne erster modi ist die haupt kegellampe also ein kegel artiges bereich dann haben wir die kegel lampe runter gedimmt dann haben wir die seiten also sprich die die lang längs gestreiften lampen das sind eins zwei drei vier leds hier vier leds dort und die sind etwas breit gefächert ihr seht ihr ein breitbild der beleuchtung jetzt zum beispiel beim fahrrad fahren noch mal darauf drücken dann dimmen wir dieses set wenn wir dann wieder drücken geht alles an das heißt wir haben dann die volle möhre eine volle beleuchtungsmöhre noch mal klicken haben wir rotes licht zum beispiel wenn ihr information geben wollte dass sie hinten ist das heißt also ihr könntet zum beispiel das hinten ans fahrrad machen oder auf eurem hinterkopf bewegen weil das kann man ja auch umdrehen und am hinterkopf tragen dann weiß jeder hinter euch da seid ihr unterwegs wenn ich noch mal mache kommt jetzt hier das blinkorgie zum einsatz und dann blinkend zu sagen hier bin ich so jetzt das sind die einzelnen modi die wir ganz einfach über eine taste durch schalten können nicht zu schnell tippen dann klappt es auch und hier drüben ist die funktion mit der mit der bewegungserkennung seht ihr meine jetzt gerade ist es aus wir sehen hier drüben ist ein blaues led an blaues led und dann kann ich das an und ausschalten blaue led zeigt an weil ich jetzt mich bewege geht es an und aus blau 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 blaues led bedeutet hier signalisierung das ding sieht jetzt auf mein gesicht und ich bewege mich ja dabei beim sprechen blaues licht bedeutet simpel motion weg hier sind die led der ladefunktion jetzt richtig ist mal weg um euch zu zeigen wie es funktioniert jetzt nehme ich also meine hände und lass sie hier vor die sensoren kommen sagt dann mache ich sie an sagt dann mache ich sie aus sagt dann mache ich sie an sagt dann mache ich sie aus coole funktion wirklich nur wenn ihr damit arbeitet nervt sie in einer zeit deshalb also das kann ich aus eigener erfahrung sagen wir können das natürlich auch dann mit einem langen klick an und ausschalten an kurzer klick aus langer klick wenn ihr jetzt nicht euch ganz durch tabben wollt habt ihr das dann auch schon erledigt ein cooles teil sehr funktional sollte jeder beim arbeiten an haben beim laufen beim joggen etc und hier kommt sie von hyper dolphin ich sage vielen dank fürs zuschauen bild abonniert mich geben ein positives feedback und bis zum nächsten mal mal